Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits mit den Begriffen absoluter Fehler und relativer Fehler bei Verwendung der Linearisierung vertraut sein und du solltest die Linearisierung einer Funktion an einer Stelle berechnen können. Das Ziel für dieses Video ist, dass du den absoluten und den relativen Fehler in einem konkreten Beispiel selbst berechnen kannst. Beginnen wir gleich mit einem Arbeitsauftrag und zwar linearisiere die Funktion f mit f von x ist x hoch 3 an der Stelle x gleich 1. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann darüber. Wie berechnet man die Linearisierung einer Funktion an einer Stelle? Naja, im Grunde muss man einfach die entsprechende Tangentengleichung aufstellen und dafür brauchen wir zunächst einmal die erste Ableitung. Wir wissen, die Ableitungsfunktion von f mit f von x ist x hoch 3 ist gegeben durch f' von x ist 3 mal x². Also wissen wir auch f' von 1 ist 3. Damit haben wir jetzt die Steigung unserer Tangente. Jetzt wissen wir auch noch der Funktionswert an der Stelle 1 ist 1 und nun können wir die Tangentengleichung aufstellen und erhalten dafür y ist gleich 3 mal x minus 2. Damit ist jetzt unsere Linearisierung gegeben und wir können nun zum nächsten Arbeitsauftrag kommen. Jetzt geht es darum, dass wir den Funktionswert an der Stelle 1,01 mit dem Taschenrechner und den Näherungswert mit Hilfe der Linearisierung berechnen und uns dann die Frage stellen, wie groß sind der absolute und der relative Fehler bei Verwendung der Linearisierung. Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere dazwischen das Video und vergleichen auch davon noch die Ergebnisse. Also gut, zunächst einmal müssen wir zwei Werte berechnen. Mit Hilfe des Taschenrechners erhalten wir für f von 1,01 den Wert 1,030301 und mit Hilfe der Linearisierung erhalten wir den Näherungswert 1,03. Da erkennt man jetzt auch noch einmal die Stärke der Linearisierung, denn das hier können wir leicht im Kopf ausrechnen. Das hier eher weniger. Und nun wollen wir den absoluten Fehler berechnen, also die Differenz dieser beiden Werte und die ist in dem Fall ziemlich klein, nämlich 0,000301. Zum Abschluss kommen wir nun noch zum relativen Fehler, also dem Verhältnis zwischen dem absoluten Fehler und dem tatsächlichen Funktionswert und dafür erhalten wir hier 0,029 Prozent. Also auch der ist in dem Fall sehr, sehr klein.